Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des River Vlogs, bin wieder bei mir am Fluss und hier ist die erste Barbe. Richtig geil, wenn die so stark kämpfen, vor allem mit den leichten Routen, macht so eine kleine Barbe richtig viel Spaß. Hier ist der nächste kampfstarke Spiegler, wieder auf dem Warfter. Die sind echt klein, aber die geben Vollgas, ey, das ist der Hammer. Der ist sogar ein bisschen rund. Geile Färbung haben sie auf jeden Fall auch, echt coole Fische hier. Oh, die nächste Rude läuft ab. Schöne Barbe! Geile Färbung Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, jetzt kann ich nach Hause fahren. Das reicht jetzt. Was soll da noch kommen? Ich habe hier im Fluss jetzt schon viele große Döbel gefangen. Aber der hier übertrifft alle. Was für ein Monster. Ich habe das gedacht, ich habe einen kleinen Graskarpfen gehackt. Aber nee, das ist ein fetter Döbel. Boah, Hammer. Yes! Das ist kein Karpfen, das ist ein Döbel. Was für ein Monster. Was für ein Monster. Ja, 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 ja. Jetzt geht's ab nach Hause, gefangen haben wir genug, fünf Stunden war das auf jeden Fall schon ein richtig gutes Ergebnis und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und wie immer, abonnieren nicht vergessen. Ausgestiegen.